Und damit herzlich willkommen zurück zu Astellia Online hier bei Explorer IP. Schön, dass du dabei bist. Ja, wir sind bei der Transportroute der Giganten. Letzte Folge schon angefangen. Questen und Gedönse. Bin jetzt schon dreimal vom Server geflogen. Dreimal die Aufnahme neu gestartet jetzt. Ich hoffe, dass es jetzt läuft. Was ist da los? Aber shit happens und shit kann passieren. So, äh, können wir dich jetzt angreifen? Ja, jetzt geht's. Letzte Aufnahme stand ich so vor, dem hab draufgewichst und es passiert für nichts. Bis ich schon einmal gedacht hab, ey, ich brauch keine Connection, der ist im Server da. Aber gekickt hat der uns auch nicht. So, ich hoffe, dass es jetzt läuft und dass wir in Ruhe weitermachen können. Ich glaube, da hinten werden wir den Dungeon finden, die heißt Nummer 1. Get the Hidden Eishorn Workbook. Okay. Du, hallo Hund. Wir brauchen dich zwar nicht, aber du bist auf dem Weg. Das ist aber schmerzresistent. So. Ja, wir wussten ja in der letzten Folge nicht genau, wo wir eigentlich hin sollten, was wir machen sollten. Ich glaube, wir müssen hier hin. Bin mir nicht sicher. Wir schauen mal. Jetzt machen wir jetzt hier ein bisschen Stress. Und eliminieren ein bisschen. Okay, hoi. Das kriegen wir natürlich hin. So, wir sollen also noch mehr eliminieren. Was? Undi? Ich glaube, so toll gut. Es war. So. Okay, Zauberer. Nichts lieber als jetzt. Okay. Sehr theatralisch. Jo. Drei Hörner brauchen wir. Drei Horns. Noch eine Kiste versteckt oder sowas. Alperwand. Uralt. Okay. Der ist bestimmt mega stark. Deswegen ist er ja auch uralt. Weißt du? Legen wir uns lieber mal nicht mehr dran. Oder doch? Ja. 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 Krass. Gucken wir mal, ob wir Ätter hier brauchen. Ja. So, wir machen mal drauf. Wer nicht mag, der nicht gewinnt. Und so. Ruf da. Er hat nichts drauf. Er hat nichts drauf. Bitte, Braun. Er hat noch ein Horn für uns. Jo. So. Fertig. Quest Nummer 1. Wir geben die Quest jetzt erstmal ab, oder? Besieger, Ratgeber, Laden. Besieger Ritter Hendrik. Purchase Equipment from an ancient fragment shop. Besieger Ritter Hendrik, aber... Okay, keine Ahnung. Äh, wir wollten die Quest abgeben, ne? Aber wir haben noch eine offen. Also, momentan verwirrung ich die Quest hier. Merkst du bestimmt, ne? Kannst du bei mir nichts Neues, aber... ... 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 Okay, okay. Jetzt dann, äh, ruft da. Das war schön. Looten, bevor sie respawnen. Okay. Fest Nummer 4. Okay, wir sollen irgendwas im Shop kaufen. Dann machen wir das. Dann muss man es kaufen können, das ist die andere Frage. Weiß ich natürlich nicht. I don't know. Lalalala. Lalalala. Das ist Lager. Das ist Lager. So. Heiler. 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 Chili. Wir nehmen erstmal Chili, das ist wichtig. Glaube ich. Äh, Köst abgeben. Amis. Die schlussischen Follower der Dämonischen Jurya müssen aus diesem Wachhund getötet werden. Ah! Wenn es nicht für meine Beine gewesen wäre, würde ich alle diese Dämonen töten. Neuen Zauber oder so? So. Nö. Oder? Haben wir irgendwas Neues gekriegt? War hier, ne? Boom. Bleibt uns hier mit einem Lichtblitz an, um Schaden zu verursachen. Kann während der Bewegung... War das nicht vorher schon? Ich weiß es nicht. Das ist in unserer Heilzeit. Ich glaube, wir haben keinen neuen Zauber gekriegt. So, wir sollen irgendwas im Fragmentladen kaufen. Irgendeine Potion oder was? Wir können hier nichts kaufen. Wir können hier nichts kaufen. Wir sind 14 selten. Wir sind 14 selten. Gelehrter. Aber der zeigt diese Währung auch hier nicht an, ne? Wir haben die Edelsteine. Die Zender. Aber was das hier ist... Was sagt die Queste denn nochmal? Ehhh... Wie soll ich, äh... Mit der Raimond erwarte ich die Eiserung, wenn wir uns einen gefallen können. Aber ich zwinge die Eiserung im südlichen Tal und spreche mit Raimond. Okay. Äh... Spreche mit Julius. Nein. Aber jetzt haben wir die Quest nicht mehr. Ist das blöd? Also... Wir reden mal eben mit, äh... Spreche mit Dirk. Wo ist... Mission... Hat der nicht... Es ist egal. Wir machen weiter. Was ist das denn? Ruckelruckel? Serverabfrage? Ja. Danke. Hier geht man in diese Höhle rein. Hup! Wir schauen uns um. Wir nehmen die rechte Seite hier ab. Links haben wir ja schon. Genau. Was ist außer das Gras? Welches wir aber trotzdem mitnehmen. Das ist die Tante, die wir erledigt haben. Und hier ist eine Alphawand. Okay, dann gehen wir mal gucken, was da drüben los ist. Lala... Das Tagebuch eines namens Soldaten. Lala... 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 Da kommen wir nicht hin. Wollen wir da jetzt noch weiter rein? Warum nicht? Gucken wir mal. Wo es wirklich nach Dungeon aussieht, ne? Da kommen wir nicht hin. Oh... Hier ist sie. 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 Opa! Hier haben wir noch keine Quest für- Dann gehen wir zurück. So, Besiegeritter Henrik. Vielleicht mit Dirk. Ja, ich weiß, wir können reiten. Ich musste mir nicht ewig vorhalten. Da du ja alle Foot lang irgendwas looten musst, bist du ja nur am Aufsatteln und wieder am Absatteln und... Ist das ein Absatteln? Ja, ne? Ja. Wir schauen weiter. Die vier... Vier Spezial-Elixier in Plugged-O-Germ. Verstehen. So. Die hatten wir ja schon erledigt. Mehr als einmal. Ne, den hatten wir erledigt. Genau, soweit waren wir schon vorgelaufen. Oh, nix passiert hier. Gar nix. Jetzt raus. Dann freu ich mich auch schon drauf, dass es weitergeht. Okay, pass auf, dann machen wir es jetzt wirklich so. Und auf zu Ritter Henrik, wo immer der auch sein mag. Morden wir eigentlich automatisch ab, wenn wir angegriffen werden? Frage? Nein. Aua. Wartet, sehen wir es hin? Wartet, sehen wir es hin? Ja. Bisschen, wie sie gerade da im Übersicht wird. Hier stimmt doch irgendwas ganz gewaltig nicht. Was sollen wir denn hier kaufen? Ruhe Qualität, selten. Hier ist aber schlecht der Ring. Es kostet 1200. Gelehrter. Magier, Assassinen, Schütze, Kriege. Möchtest du für 400 uraltes Fragment kaufen? Ja. Okay. Allow me to give you a traveling tip. Jetzt haben wir diese ominöse Waffe. Und jetzt? Was, was weiter? Spezial-Elixier. Bitter, Brian, man bat ich Eisrohnagenten, um seine gefallenen Kameraden zu erreichen. Bezwinge Eisrohnagenten in einem südlichen Teil des Sarauberes und sprich mit Raymond. Wir haben hier doch alles besiegt. Was sollen wir denn noch machen? Ich weiß nicht, was hier passiert ist. Wir haben ja schon wieder ein Disconnect. Ich bin. Ich bin. Ich bin. Ich habe dich auf'veendaft. Aber ich habe dich weiß. Ah, zum Teil von Harten. Was schon? Man kann es nicht auf Naturally. Mal kann es schwer. Ich bin, bin ich. Nein, du sollst. Ich bin fast. Nein, du sollst mich wiederholen. Ich hoffe, du musst erst mal leveln. Ah, jetzt ist irgendwas passiert. Ich weiß nicht, was wir hier... Was sollen wir hier machen? Wie ist die? Was soll ich hier machen? Hätte ich gemerkt, um die zu töten. Müssen wir die jetzt vielleicht so lange töten, bis die dann irgendwas droppen? So wie wir dieses Spiel kennen, droppen die Questgegenstände, die wir brauchen ja instant. Also es ist nicht so, dass du jetzt hier 20 Mox Kill musst für ein... ne? Weißt du was ich meine? Ist egal, wir probieren es weiter. Wir sind ja schon fast in einer Folge. Wir looten jetzt nochmal. Aber die droppen ja jetzt nicht wirklich was. Machen wir hier. Die Mücke. Können wir noch irgendwas abgeben hier? Komm hin! Komm hin! Kann man eigentlich was verkaufen? Haben wir Schrott? Ne das ist kein Schrott. Brunen, Inventar, Münzen, Materialien. Das hier ist doch Schrott, oder? Be careful, friend! Ach, das ist der Dirk. Dirk! Was machst du hier? Ich dachte, du warst wegen der Dämonen. Wir sind bereit, die Arrauhöhle anzugreifen. Die Basis der Dämonen. Bei der Höhöhle gibt es einen Steinriesen in den Zugang verwirrt. Hast du einen Weg gefunden, um ihn zu besiegen? Keine Sorge, wir werden uns um den Steinriesen kümmern. Dein Selbstbewusstsein ist beeindruckend. Um unsere Moral und Vorräte ist es sehr schlecht bestellt. Entweder wir verschanzen uns in diesem Lager, oder wir sterben, umgreifen zu den Waffen und ziehen in die Schlacht. Wir helfen dir, Arcelianer. Ich werde bald mit den Anführungen rausgehen. Halt die Linie bis dahin.